Auch in einzelnen dürfen. So. Bizarre Ballett. Kehr ist tot. Ja und die machen wir mal. Einfach nur aus Probiergewöhnheiten schwupp zu machen. Da haben wir es wieder. Ab in die Hände zu schicken. Wasserpässtschimmel. Okay. Nehmen wir gerne. Weil das lohnt sich den immer bei hinten an der Tasche zu haben. Nur mir fehlt mittlerweile der Käse. Weil da werden wir bei dem nächsten Boss. Werden wir mal gucken, was die Käse so an sich haben. Was sie bringen. Für schadenmäßig an so Bossen. Und ich warte auch auf den nächsten Boss. Der kommt. Ach was seid ihr denn. Machos. Ich trau mal den ganzen Sparaten hier nicht. Ich müsste die ausprobieren. Wie die sich verhalten bei den Zaubern. Aber ich bin ja sowieso. Ist man hier lange oder ist man hier nicht lange. Bei den Gebieten. Aber ich glaube die haben einen guten Moveset. Wow. Aber ich glaube die haben einen guten Moveset. Sind schon unterwegs die Jungs. Okay. Ja. Da haben wir jetzt 130 investiert. Und ne. An Schaden. 100. Kommt gut hin. Oder ein bisschen mehr. Das hat auf jeden Fall definitiv gereicht. Geht. Wow. Das war wieder ein hammergeiler kritischer Schaden. Ich würde erst sagen hier hin. Dass wir einen Safeboot haben. Weil. Über eine Stunde sind wir schon. Und ich möchte auch nicht. So lange wird es nicht. Ich möchte immer frisch bleiben. Dann kann es halt mal passieren. Das hat eine Folge fehlt. Weil ich da nicht so komme. Und anderes vorhabe noch. Aber dann sind wir wenigstens frisch. Auf dem neuesten Stand. Ja gut. Ihr könnt nicht viel machen. Ihr könnt vielleicht googeln. Etc. Blablabla. Um mir Tipps zu sagen. Oder wo ich was vergessen habe. Oder was. Vielleicht noch zu beachten ist. Was man machen kann. Das ist natürlich klar. Aber sonst sollte man frisch dabei bleiben. Energieschub. Wow. Energieschub. Der war wirklich gut. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. 47. Äh. 58. Und 109. Auf jeden Fall war es über 200. Okay. Der. Das heißt der war. 98. 134. 134. Also irgendwas. Unter 134 auf jeden Fall noch. Ähh. Ne Katzin. Drückt es es. Ach man, man wird denen doch sowas Gutes tun, dass sie mitkommen. Dann müsst ihr halt hier draußen warten. Dann gehen wir halt in den Bug und schauen mal, ob wir was Spannendes erfinden. Ich würde sagen, wir fangen von Anfang an hier an und gehen dann wieder durch die ganze Stadt, sprechen mit ihm und wir haben alles auseinander. 80 Gold, ja, umgebe her. Das sind Zweikämpfe. Aber wir sind voll. Ich will erstmal durch die Küche. Da habe ich nämlich Fässer gesehen und Rasen. Schakatsanai. Guck mal, wir haben schon wieder ein bisschen Geld raus, fast die Hälfte. Na Tänchen. Fertig. Ach, nicht alle heilen. Komm mal ab. Ach, Meepot da. Monster-Team. Nein. Zurück. Gegengift. Äh, was haben wir noch? Zwei magische Dinger. Zwei magische Dinger. Was sind zwei magische Dinger? Keine Ahnung. Kuhfladen. Ja. Da muss ich definitiv, ähm, schauen, was wir machen können. Können eventuell mal schauen, ob wir hier diesen, da was rauskriegen. Vielleicht ist das das magische. Okay, das ist es nicht. Wie gesagt, da muss ich glaube ich mal die Gichtabend mal aufrufen, was ich so an Rezepten machen kann. Anstatt mich hier rumzuschlagen, mit den unbekannten Rezepten, da zur Schränke reisegewandt. nix. Dreh mich immer falsch rum. Nix. Super, erstes Haus abgeledigt. Wie gesagt, das machen wir jetzt durch den Ballen. Jetzt habe ich diese Treppe hier gesehen. Ja. eine zweite Etage. Gehen wir halt da rein und gucken mal, wo wir sind. Ah. Gleich was zu stören um die Ecke. Gewöhnlicher Käse. Da sollen wir nicht lange warten mit. Rein damit. Wir haben einen roten und einen blauen. Wir haben noch einen roten und einen blauen. Okay. Ich würde hier noch einen roten machen. Ist das jetzt einer gewesen oder zwei? Einer. Ist das in diesem Geldwender? Nein. Okay. Sind wir denn hier auch im Schloss bestimmt? Lorenzo. Geht's? Komm, da ist nix. Da ist eine Tür. Ein Bücherregal ist immer gut. Beinformationen zu wissen eigentlich in der Villa. Das ist eigentlich uninteressant. Hoffentlich nicht eine Medaille. Fieh ohne Zauberwasser. Super. Ich würde sagen, hier ist hier raus. Weil das ist anscheinend die Burg. Oh, von der Seite betreten kann. Tipp ich mal. Schauen wir mal, ob wir irgendwie ein Haus haben hier. Ah, ne. Das kommt voll raus. Okay. Dachte ich, das wäre jetzt irgendwas. wo mal lang ging kann. Oh, Offenhändler, jawohl. Oder beides? Okay. Oh, da wisst ihr schon, was ich wieder vorhabe. Ich brauche das Zeug. Ich brauche mal zum Beispiel mal 1450. Da brauchen wir zwei Stück von, ne. Da brauchen wir 8800. Da brauchen wir zwei davon. da brauchen wir uns. Zwei davon. Sie wollen den feindlichen Zauber angerichten Schaden um 20 Punkte singen. Einverzauber, das gewinnen, den von Zauber noch 1650. Dann noch mal einen davon. 4, 3, 3, und eventuell so eine die hier noch. Dann haben wir 0, 0, dann haben wir 8, 16, 19.